Hallo Leute, wie gehts? Willkommen zu meinem neuen Vlog. Habe ich jetzt gesehen, dass die Kamera ist nicht gerade? Jetzt ist es gerade, aber war nicht. Ist egal. Guten Morgen! Das ist schon mein zweites Kaffee. Mein erster Kaffee war kleiner Kaffee, weil ich wusste schon, dass ich noch eins würde, weil ich bin 5 Uhr morgens aufgestanden. Heute ist schon Mittwoch, diese ganze Woche und auch ein bisschen von letzter Woche. Ich habe 5 Uhr morgens aufgestanden und Kaffee getrunken sofort. Ich mag Kaffee hier in Studio zu bringen und anfangen zu arbeiten im Studio mit Kaffee. Deswegen mein erster Kaffee ist nicht so stark. Ich habe zu viel zu malen. Das mache ich sofort, weil ich habe im Moment im Hand ein großes Projekt, das es malen muss und ist noch nicht fertig. Und danach habe ich so wieder, wie immer, tausend kleine Projekte, das ich muss weiter. Jedes Mal kommt ein großes Projekt. Alle anderen Tattoos bleiben nach Rinken zu malen. Bis gleich. Hallo! Heute kann ich sagen, dass ich habe die ganzen Stencils geschafft für heute. Klar, ne? Ich habe mehr zu, was ich machen muss, aber nicht heute. Und jetzt mache ich weiter am Zeichen. Vielleicht noch nicht, weil ich habe einen Kunden. Aber heute muss ich noch malen. Bis gleich. Hallo Leute! Ich fühle mich müde. Ich weiß es nicht, aber heute ist ehrlich wie... Ella, siehst du? Heute ist wirklich nicht einfach meine Kamera zu holen. Ich habe schon Kunden gehabt, aber keine gefilmt. Aber ich habe mir gedacht, ich mache diese Vlog bis Ende. Egal. Gibt es Tage, wo wir sind gut und gibt es Tage, wo wir sind müde. Und heute ist ein von diesem Tag. Nein. Heute war nicht ein von diesem Tag. Morgen hatte ich so viel Energie, war alles besser. Aber jetzt nachmittags, meine Energie ist so runtergegangen. Nach Essen, nach Mittagessen, manchmal ist das passiert. Ich bin noch im Studium. Ich muss noch arbeiten. Ich würde nur eine kleine Pause machen, nur hier zu kommen und mit dir sprechen und erklären, warum ich nicht so viel heute spreche. Erstmal, weil ich arbeiten muss und weil ich müde bin. Ich habe noch nicht geschafft, diese ganze Vorlage zu malen, weil ich habe ein großes Projekt in meiner Hand im Moment und ist so groß, dass ich es noch nicht geschafft habe, bis Ende zu machen. Deswegen heute, ich habe nur über dieses Tattoo Design gearbeitet. Ich muss weiter. Ich gehe nach Hause jetzt. Heute, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin so müde und ich bin so komisch, dass ich habe nicht ganz das Gefühl zum Vloggen. Aber ich hasse das, weil ich habe heute richtig stark angefangen. Ich hatte so diese Energie. Ich habe mir gedacht, ja, heute habe ich heute Morgen gefilmt, wenn ich meinen Kaffee abgeholt habe, dass ich ins Auto reinkam, die guten Morgen und alles war alles so gut und dann nachmittags weiß ich nicht, was passiert. Sowieso abonniere meinen Kanal, like dieses Video, teile dieses Video, gucke meine andere Vlogs, wo ich habe ein bisschen mehr Energie als heute und wir sehen uns in meinem nächsten Vlog oder Video über Tattoos bald. Bye.